hallo und willkommen zurück zu the elder scrolls online wir haben mit rasen da ein klein bisschen die schmiede aufgeräumt und so weiter und so weiter und wir müssen jetzt mal kurz da hoch wir müssen hier oben nach himmelswacht aber da haben wir noch einen kleinen nebenquest und die müssen wir auch mal erledigen die beiden die müssen wir mal finden und ob wir da jetzt hinkommen das ist die große frage oder ob uns dazwischen durch irgendwas noch wieder aufhält ich bin mal gespannt also meistens ist es ja so dass da irgendwas anderes noch dazwischen kommt da hinten ist doch ein haus oder nicht auf jeden fall immer schon die augen aufhalten für besondere sachen wir reiten hier mal kurz hier ein bisschen eisen wir natürlich nicht verkehrt wenn wir was hätten halt was ist da ein bär das ist schlecht hey so ein mieser kleiner hund da halt das ging aber fix also das muss ich sagen da habe ich mich noch erschrocken was haben wir denn noch einen zu weit weg den holen wir es aber auch däumen ok durchsuchung hole der fetzen wir haben doch wieder was gefunden hier ach du scheiße bisschen viel von denen würde ich sagen bringt das blutopfer in seinem eigenen bild neu erschaffen ach du scheiße was ist das denn herr der unterwerfung und der gewalt wir opfern diese unschuld in eurem namen durch das vergossene blut eines unschuldigen rufen wir euren anker auf das sich unsere welt ach du scheiße was habe ich da gemacht wir unterwerfen uns eurem willen und rufen die ketten von kalthafen ach du scheiße ach du scheiße da habe ich wieder miss gebaut hätte ich da wäre ich da bloß nicht hingerannt ich glaube ich muss meine waffe wechseln ich habe immer noch die den bogen na die werden da hochgezerrt was geht da ab sag mal ach ich misch mal ein bisschen mit was sollen wir hier machen mal wild Herr Schwede hier geht es ja richtig rund ach du kacke hallo 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 und ich bin nur mit so ein bisschen ein bisschen bogen hierbei lieber außer Entfernung das ganze ein bisschen da ist noch so ein Fisch aber wer ist denn denn hier laufen so viele rum noch einer ach du scheiße ach du scheiße dahin ist noch was wo bin ich da wieder reingeraten wo bin ich da wieder reingeraten meine Güte hier geht das rund keine Ahnung was hier abläuft also ich habe echt keine Ahnung ich weiß überhaupt nicht was das hier ist oder was man geschweige denn was man hier machen soll ich habe keine Ahnung null Ahnung zerstören zack und ergebt euch der Macht von Molag Bar na was nu ach schande ob ich mich da abends wieder reingeritten die Dädra die Anker hier zerstört sie umsonst tun wir benutzen ok alter 23 Gold Eisenachse des Schocks nehmen wir doch mit na cool also dann haben wir so ein Teil auch schon mal erledigt das ist doch mal eine Nummer das muss ich schon mal sagen so ich muss mal kurz reinschauen was haben wir denn überhaupt da gekriegt das muss ich ja mal mir Eisenachse des Schocks einhändig 311 super die bringt doch wenigstens ordentlich was das muss ich mal sagen die bringt echt was was haben wir hier 263 Eisenkeule das cool muss ich mal sagen alter Schwede so wir brauchen unseren Gaul da liebt doch irgendwas das war schon wieder einer so verdammtes Fell Aaron Frost starb nämlich auch mit so aufs Pferd so und dann machen wir es mal auf die Socken dahin und mit der Hoffnung dass wir das eventuell finden halt da ist doch Eisen ich hab Eisen gefunden das ist doch der Hammer ja raus mit dem Hammer abbauen sehr schön Eisenerz nehmen wir alles mit so haben wir gleich Glück und finden noch mehr was ist das denn hier was ist hier denn los die Prüfung der Allheiligen oder der Heiligen untersuchen aha nicht schlecht Herr Specht noch irgendwas nein okay so da ist ein Rähchen das kann ich auch mal kurz mal durchsuchen durchsuchen Wildfleisch sehr gut da oben ist da oben ist noch wieder was da oben ist was wie komme ich da denn hin das will ich eigentlich mit haben ne da vorne kann ich so bestimmt hoch wie komme ich denn da hoch lass mich da mal hoch so komme ich da auch nicht hoch hier an der Seite vielleicht irgendwo wäre nicht schlecht wenn ich das mitkriegen könnte das war nicht irgendwie ein Weg da hoch wie bist du denn da hochgekommen Otto aha so da hinten ist es das holen wir uns nochmal das möchte ich eigentlich mithaben Eisenerz wir hatten das hier oben hingelegt mitnehmen so ouch bisschen verletzt was haben wir hier noch verlassenes Lager okay aber wir gucken uns trotz alledem ein bisschen um hier was haben wir da denn jetzt bin ich natürlich komplett ab vom Schuss ich soll doch da hinten hin Mann nur rauf aufs Pferd so wir reiten mal darüber was sind das denn für Bären Bären was ist das Nacht ohne nehme ich mit in die Machtrohne okay mitnehmen kann ich nicht mitnehmen Inventar ist voll Wofür ist das denn benötigt Machtverbesserung Übersetzung unbekannt verzaubern na gut aber was ist das gut dann kriegt er ich habe nicht genug Platz im Inventar das heißt das heißt aufräumen fix aufräumen Rüstung was haben wir hier denn noch ich muss das doch ich muss das doch wieder wegschmeißen 21 Eisen gut das müsste ich irgendwann mal verarbeiten wäre nicht schlecht das kann weg brauche ich nicht ja weg weg altmeer was haben wir hier an Bogen 275 der kann auch weg zack auch ein Flammstab kann auch weg so was habe ich noch Dietrich hier ja die kann man noch gebrauchen wer weiß wer weiß Eisen ausrüsten so und die kann weg genau was ist jetzt zerstören da jeps was haben wir noch aha aha was ist das denn hier stellt sofort Leben wieder her gut das müsste ich dann mal auch mal benutzen ne der Kaffee kann auch weg zerstören so Korund hergestell Materialien das brauche ich auch noch was haben wir hier wir haben schwerere röstung und das ist das lege der Königin alter die ist noch besser ich nehme mir doch mit und das Ding kommt nee das kann ich nicht wegschmeißen das bringt Kohle Sachen die Kohle bringen die schmeißen wir nicht weg was ist das röstungherstellung ok könnte ich eventuell noch gebrauchen herstellung von rote schwadrubonen können wir auch noch gebrauchen was habe ich noch weißes Fleisch kann auch weg ich hätte es auch essen können ne Mist naja egal Zunderkiste scheinbar volle fast volle volles Kästchen Feuerstein Feuerstahl und Zunder sind alle eingeteilt okay man hat keine Ahnung wofür man das gebrauchen kann na gut so wir haben jetzt noch Platz das nehmen wir alles mit so rauf aufs Pferd und dann wollen wir da mal hinreiten hier zu den Jungs ständig hier in der da man findet immer neue Sachen das ist ja schlimme da ist noch wieder zwei Füchse ach mit reichhaltig Bären hier ähm da reiten wir mal schnell schnell mal durch ah nicht verkehrter Knopf verkehrt da liegt ein das sind alles voll Bären hier wir sollen auch da längs so und jetzt nochmal kurz auf die Karte schauen auf die große Karte auf jeden Fall was ist das da oben Trümmerhain okay da komme ich noch hin also da müssen wir auf jeden Fall erstmal hin so darüber Alter hier ist ja massenhaft zu entdecken das ist ja also verkehrter verkehrter bin ich den müssen wir links was ist da oben Alter dann komme ich ja nie an wenn ich hier überall gucke aber das ist ja haben wir was ist das da oben Ambulime Ach Gott ich bin doch schon wieder ne ich will da nicht hin eigentlich will ich da schon hin aber ah wir behalten uns das vor wir wollen da auf jeden Fall hin aber wir müssen erstmal hier eine Sache erledigen da müssen wir erstmal hin was ist das da ach das ist ein Blatt ich dachte da steht jemand ich dachte da steht jemand so was haben wir hier müssen sie irgendwo sein so pass mal auf da wo sind sie verstecken die sie hier ich flipp aus da ist noch Eisen das nehmen wir auch mit juhu Eisenherz mitnehmen kriegen wir das noch mit ja kriegen wir mit so wo sind unsere beiden guten wir kommen zum Kampf kamerad krallen raus und vorsichtig sein ihr Narren ihr könnt es nicht mit der Macht von Olaf wahl aufnehmen ach du Scheiße da hallo so ouch hallo was war hier los so den auch nochmal so wir sind da Menschenskinners das gibt es ja gar nicht so mein Freund du kriegst auch noch deinen Sack mit was ist denn hier los gibt es ja gar nicht haben wir noch mehr umruhen jetzt hier oder wir sind noch nicht mit euch fertig nein wundervoll das ist doch ruhig zu sehen durchsuchen okay nehmen wir mit hinterher sie darf ihn nicht erwischen findet Merrick super das fängt auch gut an hier alles so wo ist Merrick aber wo treibst du dich denn rum da hinten pass mal auf ich muss mal schnell meine Waffen wechseln hier äh zack was ist neu die müssen wir ausrüsten hört auf euch einzumischen Sterblinger der Meister hat seine Pläne für den Rotwardonen Heller gegen Bronze Bezahlung schieben lassen gestohlen werden nicht mehr kompetiert ihr liefert einen nitten kleinen Kampf so was haben wir noch aber wir sind noch nicht mit euch fertig Eisenachs des Schocks die nehmen wir auch mit zack alles klar so ich werde sie mal suchen die muss hier irgendwo sein irgendwo hier ich glaube das war der letzte mein Meister hat Pläne für eure reine Seele Merrick ihr solltet euch geehrt fühlen Merrick Kamerad was ist passiert wohin bist du verschwunden ok ok ähm ja wohin bist du verschwunden keine Ahnung was haben wir hier Zitronen ja die behalten na super wo ist Merrick da ist sie äh Elif wie heißt sie dass so ein Schwächling es mit einem wie Merrick aufnehmen konnte wo sind sie hin wie sollte Elif davon wissen sie war die ganze Zeit hinter euch vielleicht sollten wir auf sie alle Farben warten sie sagt sie würde die Gilde zusammenrufen wer war diese Frau wer hat Merrick entführt ihr konntet die Dremora aus der Projektion nicht wiedererkennen ich denke ihr Name ist Dushia sie ist eigentlich sehr von sich eingenommen hm diese Notiz erwähnt einen Inselturm Elif fragt sich ob Buranim gemeint ist Buranim eine alte Eileidenruine ein Turm auf einer Insel vor der Küste von Himmelswacht geht und sucht dort nach Merrick Elif wird unsere heroische Gildenmeisterin aufsuchen und mehr Klingen holen ich werde sie finden möge das Glück euren Schritten folgen Kamerad was haltet ihr von den anderen Objekten die ich gefunden habe was meint ihr das Zahnrad oder das Relikt erzählt mir vom Zahnrad uralt von den Dwemer stellenweise abgenutzt dieses Teil wurde in einem ihrer anderen Konstrukte verwendet riecht irgendwie frisch ist schon eine Weile nicht mehr in einer Ruine gewesen schade hätte vielleicht noch mehr erfahren können was ist eure Geschichte Elif Elif geht ihren Weg wie sie kann und hilft der Gilde wie sie kann nur eine bescheidene Kajit ursprünglich aus der Stadt Düne diese hat nur wenig Bedeutung okay tüs so wir müssen suchen so ich muss mal kurz gerade schauen was haben wir da was ist da findet den Inselturm gut da werden wir uns noch hinbegeben wir werden aber jetzt mal sehen dass wir mit dem Hauptmann sprechen Alter wir werden uns hier festfahren glaube ich früher oder später kriegen sie uns was ist das da hinten was ist das da hinten das zeigt an wo ich Eisen gefunden habe auf der Minikarte genau so gehen wir diesen Weg wir gehen diesen Weg rüber so und ich sehe schon da schauen wir wieder so ein merkwürdiger Vogel wo ist denn diese Insel die ist ja ganz da drüben wie kommen wir denn da am besten hin sollen wir da rüber schwimmen oder was da ist noch ein jemand königliche Leibwache reden wir mal mit dem einen schönen Tag ich habe Anweisungen erhalten Rasumdar muss sofort mit euch sprechen was äh was stimmt nicht ich bin nicht sicher ich habe Befehl euch sofort zum Landhaus zu schicken gut ich bin auf dem Weg okay so äh was hat nee das habe ich vergessen lüfte das Geheimnis der Schleiereule ach Gott eine Riesenstadt halt nee warte mal ich muss mal ich wollte mal schauen hier wir sind da und wer ist das ich spreche mir darauf mit Tendil okay das wollen wir machen wo ist denn unser Fuder da okay was haben wir hier noch Kriegergilde genau da können wir dann nochmal bei der Gelegenheit die anderen Gilden durch durch operieren Magiergilde Hemmelswacht hinaus da können wir da nochmal reinschauen ob wir auch noch andere Gilden beitreten können was haben wir da alles klar Münzhaus da ist unsere Kohle ja da müssen wir auch ein bisschen was hinbringen vielleicht mal Großmarkt okay alles klar das werden wir uns jetzt mal zu Gemüte führen dieses kleine Städtchen Himmelswacht und wenn ich auf die Zeit schon wieder gucke die rennt uns einfach so davon sag mal wo ist dann eigentlich Otto abgeblieben ist der wieder am Streunern irgendwo gibt es ja gar nicht sag mal Freunde ich sag vielen Dank fürs Zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat dann lasst mir doch ein Like da schreibt mir was in die Kommentare und ihr wisst ja ich freue mich über jeden neuen Abonnenten wir sehen uns in der nächsten Folge bis dahin ciao ciao bis dahin